Ihr findet eure Handschuhe auch so langweilig? Wir haben die Lösung. Einfach Nadel und Faden rauskramen, bisschen Bastelutensilien wie Knöpfe oder schöne Bänder zum Verzieren, Perlen etc. Für die erste Variante habe ich mir die Bänder gekreilt. Daraus mache ich einfach eine Schleife und fixiere sie mit Nadel und Faden. Ist ganz einfach, sieht aber süß aus. Für die zweite Variante hat Marianna schon ein vorgehekeltes Teil aus ihrem Bastelkram gesucht und näht es einfach auf den Handschuh drauf. Bei der dritten Variante habe ich ein Herzchen aus rotem Stoff ausgeschnitten. Jetzt wird es draufgenäht mit grünem Faden. Am besten ihr steckt es auf dem Handschuh drauf und aufpassen, dass ihr nicht den Handschuh mit Festnäht unten und schon seid ihr fertig. Bei der vierten Variante näht Marianna ein Tierchen mit Knöpfen als Augen und stickt einen Mund aus Perlen. Und fertig ist der Oktopus. Ihr seht, es ist also ganz einfach, nicht nur mit langweiligen weißen Handschuh rumzulaufen.